Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben Donnerstag, den 1. Februar 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 301. Und ich habe die folgenden Themen mit für euch. Joule, Apple Pay, Marzipan, 18Core, C64, Fujifilm und Xerox, Saturn sowie Cortana. Beginnen wir gleich mit einem kleinen Dings zwischendurch. Happy Birthday, Marc. Alles Gute zum Geburtstag. Natürlich nicht nur ihm, sondern auch allen anderen, die heute Geburtstag haben. Aber ja, beginnen wir mit den News-Themen. Joule, 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 wie man es nachher immer ausspricht, war ein Ding, was Microsoft mal gebastelt hat. Eigentlich wollte man, nachdem die Xbox diese Kinect bekommen hat, auch noch weitere Gadgets darunter umbauen. Nämlich ein Wearable, ein Fitness-Tracker, der sich mit der Xbox verbindet. Worüber dann Bewegungen etc. alles mögliche gemessen wird. Leider kam das Ganze nie bis in den Markt. Es gab zwar dieses Microsoft-Band, aber das hat ja ein ähnlich klägliches Dasein gefresset und uns leider nie wirklich richtig erreicht. Und somit eigentlich beides schade. Vielleicht, wer weiß, kommt ja in Zukunft irgendetwas in die Richtung. Wir dürfen die Daumen drücken. Ich kann sie fast nicht mehr hören. Irgendwie jedes Mal, wenn irgendwo in China ein Sack Reis umfällt, kommt irgendeine Analyse dann her und sagt uns, dass Apple Pay ganz, ganz nah vorm Deutschlandstart ist. Österreich wird selten genannt, aber ich nehme an oder hoffe für die Österreicher, dass es da ziemlich dann auch nachziehen wird. Jetzt ist es wieder soweit. Irgendwo drüben bei McRumals hat ein Insider, so genannt er, gesagt, dass es jetzt so nah ist und dass es wahrscheinlich bei den Quartalszahlenverlesung, und genau die ist heute Abend, bekannt gegeben wird, dass weitere Länder dazukommen, unter anderem eben Deutschland. Wir dürfen abwarten und sind gespannt. Das nächste geht auch in Richtung Apple. Es gab ja im letzten Dezember so die ersten Leaks in die Richtung zumindest, dass Apple anscheinend an einem Projekt Marzipan arbeitet und das Ganze ist nichts einfacher als eine Universal App. Jetzt denkt ihr vielleicht, das gibt es ja schon, Apps, die auf iOS, auf dem iPhone wie auch auf dem iPad laufen. Nee, hier geht es einen Schritt weiter, dass die Apps, die auf iOS laufen, auch noch zusätzlich auf macOS laufen. Klingt natürlich alles spannend. Microsoft macht es ja ähnlich, eine Plattform und die Apps für alle einzelnen Portale dafür. Und mal schauen, was Apple dann schlussendlich umsetzt. Laut Analysten oder eben Leuten, die Insider sind, draus kommen, die berichten, dass dieses Jahr in der WWDC soweit sein wird und Apple das erste Mal darüber sprechen wird. Wir dürfen gespannt sein, WWDC ist ja nicht mehr ganz so lang, wenn wir sehen, jetzt ist auch nur der erste Monat vom Jahr vorbei. Das Ganze geht sehr schnell und schon haben wir wieder Sommer. Ja, sparen, sparen, sparen. Jetzt könnt ihr euch den grossen iMac Pro mit 18 Core bestellen. Ab 8000 Euro ist das, glaube ich, das günstigste Modell. Bekommt ihr dann bis zu 4TB SSD und 128 ECC RAM verbaut. Eine richtige Killermaschine. Ach, ja, noch ein bisschen träumen. Gehen wir zum nächsten über. Nicht ganz so teuer wird es, wenn ihr euch ein Retro-Stück ins Haus holt. Und zwar kommt bald schon, nämlich am 29. März, für ganze 80 Euro ein Retro-Computer auf den Markt. Nämlich die C64, Commodore 64 mit vorinstallierten Spielen und der eventuellen Möglichkeit, das Ganze zu erweitern. Zumindest kann man über die Schnittstelle USB in diesem Fall Software-Updates einspielen. Und da bleibt natürlich die Hoffnung, dass da dann auch noch anderes möglich ist. Was ganz speziell daran ist, ihr könnt, und zwar auch bei Spielen, wo es früher nicht ging, Spielstände sichern. Ach, mal schauen, ob ich schwach werde oder auch nicht. Fujifilm kennt ihr sicherlich. Xerox auch, die unter anderem Miterfinder der Maus, schliessen sich zusammen. Fujifilm hat nämlich Xerox übernommen und zwar für 6,1 Milliarden US-Dollar. Das Drucker-Segment im Office-Bereich ist nicht mehr ganz so wie früher. Logischerweise, weil immer mehr in Richtung papierloses Büro geht. Und deshalb müssen sich natürlich die ganzen Hersteller in die Richtung auch wappnen und zusammenschliessen und vorwärts machen. Ihr mögt euch noch erinnern, vor wenigen Wochen ging sie auf die Amazon Go. Das Offline-Amazon quasi. Wo ihr einkaufen könnt, aber keine Kassen, äh, nicht an den Kassen anstehen müsst, sondern einfach hier rausspazieren könnt. Etwas ähnliches macht der Saturn-Konzern und zwar in ausgewählten Filialen in Österreich, wo ihr mit einer App quasi das Ganze dann scannt, was ihr einkauft und den Laden verlässt. So etwas ähnliches haben wir hier auch, aber noch mit einem Kassenterminal am Schluss. Wenn das auch noch wegfallen würde, dann würde ich mich auch freuen und vielleicht auch wieder mal einkaufen gehen. Ansonsten, aber ja, anderes Thema. Zu guter Letzt habe ich euch etwas von meinem Lieblings-Launcher auf Androids Seite. Ich nutze ja schon seit Jahren den Microsoft-Launcher, früher Arrow. Und der hat jetzt, zumindest in der Beta, ein weiteres Feature hinzubekommen, nämlich Cortana. Cortana erhält Einzug auf Android. Und da wird es jetzt besonders spannend, denn endlich kriege ich auch Cortana auf mein Windows, äh, Windows Phone, ja genau, auf mein Android Phone oder meine Android Phones. Was nutzt ihr für einen Launcher für eure Android Devices? Gerne mal in die Kommentare, über Social Media oder über welchen Weg ihr auch immer mögt. Das waren es auch schon, die ganzen Themen, die ich heute für euch zusammen habe kratzen können. Wie gesagt, heute Abend sicherlich spannend oder für morgen in der Sendung dann spannend, die Daten von Apples letzten Quartal. Nintendo hat auch schon Daten rausgehauen. Es könnte sein, dass zwei, drei Quartalszahlen-Themen morgen mit reinkommen. Aber bis es soweit ist, euch mal einen erfolgreichen und coolen Tag. Wir hören uns hoffentlich morgen wieder. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.